Musik Ja ihr Lieben, Sommertour in Düsseldorf. Die SPD ist unterwegs. Was gibt es Schöneres, wie in der Landeshauptstadt unterwegs zu sein? Und heute mit einer historischen Straßenbahn, mit einer schönen gelben. Die einzige, die wir noch haben, gibt ja nur noch Silberpfeile. Und da waren wir unterwegs, oberirdisch, auf dem restverbliebenen Stück Straßenbahn, quer durch die Stadt, in den Hafen hinein. Gestartet sind wir hier in Fennhausen, an der Fennhauser Allee, an der Endhaltestelle. Und ich danke sehr Norbert Marquardt, dass du das gemacht hast. Denn du hast die Idee gehabt, uns hier alle zusammenzubringen mit vielen Bürgerinnen und Bürgern, die uns begleitet haben. Die Straßenbahn war voll. Wir hatten eine richtig gute Stimmung. Es gab Bierflossen in Strömen, es gab Rotwein, es gab Weißwein, Apfelscholle, Wasser. Wir haben eine richtig gute Stimmung gehabt. Und ganz ehrlich, wenn hier Norbert nicht gewesen wäre, dann wäre alles nicht passiert. Ja, ich muss sagen, erst mal war es ein Versuch, um erst was auszuloten, was die Bürger annehmen. Ich hätte mir gedacht, hier, die Bürger wollen nicht, dass man stundenlang vor ihnen steht, redet, sondern wir haben es auch ganz gerne, wenn man ein gutes Serviceteam hat. Und das hatten wir ja. Das war ja der Bundestagsabgeordnete, die Landtagsabgeordnete, die Bürgermeisterin. Da war ein Stadtrat, der stellvertretende Bezirksbürgermeister und natürlich als unterste Plattform ich aus der Bezirksvertretung. Aber es war eine tolle Sache. Mir hat es sehr großen Spaß gemacht. Wir hatten ein tolles Serviceteam. Die Leute waren alle begeistert. Und ich kann mir vorstellen, dass ich sowas nochmal mache. Absolut, das wollen wir gerne machen. Ich unterstütze das sehr gerne und danke dir, Norbert, dass du den Impuls gehabt hast und uns alle zusammengebracht hast. Das ist richtig Leben. So ist das mit der SPD. Wir sind unterwegs, wir sind nah bei den Menschen und die Menschen haben Freude mit uns, wir mit den Menschen. Und mit dir habe ich sowieso mal schon Freude. Ja, gerne. Ich danke dir. Gerne. Das ist eine nette, schöne Idee, finde ich. Man sieht in Düsseldorf auch wieder mit anderen auf. Sehr gut. Ich kenne mich auch sehr gut aus hier in Düsseldorf. Schön. So lange das Bier noch so kalt ist. Als Umweltausschussvorsitzender muss ich natürlich immer die Rheinbahn unterstützen. Je mehr Menschen sich mit Bus und Bahn in der Stadt aufhalten und fortbewegen, umso besser ist es für unsere Umwelt in Düsseldorf. Deswegen ist es toll, mal so einen Nachmittag durch alle Stadtteile mit der Partybahn. Die Stimmung ist gut. Servieren macht Spaß. Ich habe eine schöne Schürze geschenkt bekommen. Schöner Nachmittag. Schöner Nachmittag. Der Schein war meine Glaube. Schöner Nachmittag. Der Schein war die Grüße. Untertitelung des ZDF, 2020